Das provozierte Russland 27.12.2008 Alle bisherigen europäische Expansionsversuche nach Osten haben sich immer gegen Russland gerichtet. Alle westlichen Mächte haben ihren Armeen in Richtung Russland marschieren lassen. Anfangs des 19. Jahrhunderts eroberte Napoleon viele europäische Länder, um seinem Ziel Russland mit seinen großzügigen Kohle-, Eisenerz-, Gas- und Goldvorkommen näher zu kommen. Hitler folgte ihm im Zweiten Weltkrieg die gleiche Tradition und richtete seine mächtige Armee gegen Russland. Heute folgt NATO, Napoleons und Hitlers Strategie, um Russland zu erreichen. Die NATO versucht den durch den Untergang der UdSSR entstandenen Freiraum für sich zu nutzen. Der Westen erklärte sich als Sieger des Kalten Krieges gegen den von der UdSSR geführten Ostblock und betrachtete den Untergang Russlands als eine historische Errungenschaft. Seitdem hat die NATO die Mehrheit der mit Russland benachbarten Ex-Sowjet-Republiken für sich gewonnen und versucht nun das gleiche von Zentralasien aus. Über das Schwarze Meer bis hin zur Baltik zu tun, um Russland zu umzingeln. Russland sieht diese Eingreisungsversuche als eine große Provokation, was auch der Fall ist. Der Untergang Jugoslawiens lieferte der NATO nun das fehlende Glied in seiner Umzingungsstrategie von Russland. Sowohl die Gegenwart als auch die Vergangenheit zeigen jedoch, dass Russland nicht leicht zu erobern oder zu besiegen war. Russland verfügt über das größte Atomwaffenarsenal der Welt mit ungefähr 16.000 Sprengköpfen. Diese Waffen könnte über Landsidos, U-Booten und strategischen Bombern gefeuert werden. Diese Atommahre-Schlagkraft bestehend aus internationalen ballistischen Raketen, strategischen Bombern und nuklearen U-Booten macht Russlands Defizit an Training, Mobilisation und Logistik wieder wett. Da der Weltkriegen unsere absolute Priorität ist, rufen wir zur Besinnung und Verhinderung von neuen Wettrüsten und Eskalationen, die zur Vernichtung der Menschheit führen könnten, auf. Das Eingreisen und Herausforderungen Russlands könnte einen nuklearen Krieg auslösen. Die Gefahr ist besonders groß, da die USA ihre Position offensichtlich auf erfundener Information, naiven Analysen und selbstgefälligen Argumenten basiert. Als der Westen enthusiastische Unabhängigkeit Kosovos unterstützte, wer konnte sich vorstellen, dass das zum Unabhängigkeitsbekehren von Abschazien und Süd-Ossetien führen sollte. Gleichfalls war sich der Westen dessen bewusst, dass die Gutachten, die als Vorlage für den Irakkrieg dienten, sich auf unbestätigende Informationen von Überläufern, Agenten stützten, die sich dadurch Vorzügen von der CIA erhofften. Die anhaltende Expansion der NATO nach dem Zerfall der UdSSR, dem Ende des Kalten Krieges, zeigt die klare Absicht, zuerst Russland, dann den Rest der Welt zu erobern. Die USA hat wie alle anderen Länder das Recht auf Selbstverteidigung, seine abgelegene geografische Lage, dem Atlantischen Ozean im Osten und dem Pazifik im Westen und seinem schwachen Nachbarn im Süden, der keine Sicherheitsrisiko darstellt, stellt die idealen Voraussetzungen für ein Einwandererparadies dar, wo Immigranten fern von den Konflikten der alten Welten gedeihen können. Es ist eine globale Macht. Menschen aus aller Welt haben zu seiner Entstehung und Reichtum beigetragen. Sollte sich die USA auf diese Werte zurückbesinnen, dann wäre sie des Hauptsitzes der UN und dessen Sicherheitsrates würdig. Heutzutage ist die USA jedoch eine sehr große Gefahr für Weltfrieden, Sicherheit und Stabilität, da sie ein ausschlaggebender Teil jeder Aggression auf der Welt stattfinden ist. Die USA sollte zur Monroe-Doktrin zurückkehren und vom Präsidenten James Monroe in 1823 verkündet wurde und Folgendes sagte, die USA werden sich nicht in europäische Angelegenheiten mischen und Europa wird sich fern von den Problemen der neuen Unabhängigkeit, unabhängigen Vereinigten Staaten halten. Diese Doktrin sollte ausgedehnt werden und nicht eine Mischung in die Angelegenheit der ganzen Welt beinhalten. Europa hat das Recht, eine unabhängige politische und militärische Einheit zu werden und sich als neuer internationaler politischer Spieler zu entfalten. Russland als traditionelle und neue aufkommende Macht muss die Freiheit haben, sich aus Selbstverteidigungsgründen und politische, wirtschaftliche und militärische Stärke zu entfalten. Europa könnte, wenn es nicht mit den fernen Vereinigten Staaten verbunden wäre, als strategischer Puffer zwischen Russland und den USA dienen. Der Atlantik könnte auch als Puffer zwischen Europa und den USA dienen. Europa sollte weiterhin von den großzügigen russischen Öl- und Gasvorkommen Gebrauch machen. Russland ist im Gegensatz zum amerikanischen Kontinent Europas natürlicher, geografischer Verbündeter. Würde Europa logischen Erwägungen anstatt rassistischen Gründen oder der Fortführung der fair compli amerikanischen Besetzungen nach dem Zweiten Weltkrieg folgen, würde es freundliche Beziehungen zu Russland hegen. Dummheit und Begierde werden die Menschheit in eine neue Katastrophe stürzen. Im Falle eines nuklearen Krieges wird niemand den Vorteil eines Tages haben. Die Welt sollte meine Warnung ernst nehmen und verstehen, dass Russland nicht mit der UdSSR gleichzustellen ist. Die UdSSR war ein multinationales Imperium, das auf viele alten Staaten beruhte. Es basiert sich auf einer ideologischen Doktrin, die unpopulär war. Sogar die Kremlin-Führer glaubten nicht daran. Im Gegensatz dazu verteidigt Russland heute eine philosophische Position oder eine politische wirtschaftliche Ideologie, sondern es verteidigt den russischen Staat als die marxistische Ideologie der UdSSR. Ihr Ende fand, starb das russische Volk nicht.